Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einem neuen Video. Heute ein sehr, sehr kurzes Video. Es wird um zwei Aktien gehen und zwar gibt es zu beiden neue News, Stabilos und auch Alibaba. Da muss man sagen, wir haben jetzt bei Alibaba offensichtlich hier die ADR gewählt, die an der New Yorker Börse gelistet ist, beziehungsweise gehandelt wird. Und wir gucken uns diese beiden Aktien an. Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich sage es jetzt trotzdem gerne auch nochmal, werden wir wahrscheinlich auch die ganze Woche nochmal sagen, wir haben ja den zweiten Kanal, da ist die Aktienschau, da gibt es dann auch die ausführlichen News, sowohl zu Stabilos als auch zu Alibaba und natürlich noch vielen anderen Aktien, ein paar andere Themen natürlich noch. Geht auf jeden Fall mal drüber und abonniert, klickt die Glocke und so weiter. Würde uns auf jeden Fall freuen, also wirklich freuen. Deswegen macht das gerne mal, wenn ihr da Lust drauf habt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt hier erstmal an mit Stabilos. Da werde ich einmal ganz kurz die News nennen. Sie sind abgestuft worden auf eine Verkaufsempfehlung von JP Morgan. Und dementsprechend sind die so ein bisschen unter Druck gekommen. Ganz, ganz kurz gefasst letztendlich. Es sieht gerade nicht so positiv für sie aus. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann könnt ihr euch gerne die Aktienschau noch angucken, die auf dem anderen Kanal dann dementsprechend schon gekommen ist. Und wir gucken uns jetzt mal den Chart an, würde ich sagen. Und hier können wir gerade sehen, eigentlich ganz interessant, wir sind hier gerade so ein bisschen in der Drucksituation. Also wir haben jetzt, können wir ganz gut erkennen, sowohl die 20, die 50 als auch die 200-Tage-Linie hier relativ nah aneinander. Wir sind jetzt aber gerade so ein bisschen auf dem Weg, auch vielleicht sogar unter die 20, unter die 50-Tage-Schlusskurs und mit Pech sogar unter die 200-Tage-Linie. Sollten wir hier tatsächlich auch drunter sein, das wären dann so ungefähr 63,35 Euro, ein bisschen weniger, ein bisschen nachhaltiger dann vielleicht in einem Trade mal. Und zwar in Richtung, sagen wir mal 63,10 Euro. Könnte man durchaus mal eine Short-Position aufbauen und über der 200-Tage-Linie, vielleicht kommt darauf an, wie man das machen möchte, vielleicht über der 200- und über der 50-Tage-Linie, dann den Stop-Loss, das wären zum Beispiel entweder bei 63,75 Euro oder zum Beispiel bei 64,05 Euro, so ungefähr zumindest. Das wäre jetzt die eine interessante Alternative oder Möglichkeit. Was andere, was interessant wäre, wäre natürlich entweder, wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal ein bisschen abrauschen in Richtung 61,62 hier ungefähr, also 61,75, um es genauer zu machen, dann könnte man durchaus mal gucken, brechen wir nach unten aus, auf jeden Fall eine Short-Position, heißt also unter 61,75, zum Beispiel 61,50, Tagesschlusskurs, Richtung 57,55 eine Short-Position, Stop-Loss in dem Fall bei 62,10, weil halt einfach über der Unterstützung, dann gehe ich davon aus, dass es wieder hoch geht. Oder tatsächlich, wenn wir dort abprallen, eine Long-Position, zumindest so in diesen oberen Bereich hier, also so in Richtung knapp 67, 68, 69 Euro und dann mit dem Stop-Loss in Richtung 61,30 Euro. So, das wären jetzt die Interessanten. Klar, wenn wir jetzt hier nach oben ausbrechen oder nach oben genau das Gleiche, laufen wir jetzt von dort unten, ups, sorry, nach oben, dann könnte man jetzt natürlich durchaus einmal darauf spekulieren, dass es wieder runter geht, wenn wir abprallen. Das heißt, dann könnte man hier die Short-Position machen, wieder mit dem Stop-Loss dann auch über dem Widerstand, also über den 68,80 Hals, Short-Position 68,50, Richtung zum Beispiel 64, Stop-Loss dann bei 69,45 oder halt beim Ausbruch von 69 in Richtung knapp 72 Euro mit dem Stop-Loss hier bei 68,40 Euro ungefähr. Kommen wir zu Alibaba und da gibt es auch interessante News. Charlie Munger kennt ihr vielleicht, guter Kollege ja auch, von dem etwas berühmteren Warren Buffett. Und da können, also gut, kommen wir jetzt darauf an, vielleicht in welcher Community oder in welchem Bereich man sich auffällt, aber ich würde eher sagen, Warren Buffett ist doch vielleicht nochmal die größeren, nochmal rein international gesehen, um das mal so zu sagen. Und er hat tatsächlich neue Alibaba-Aktien gekauft. Er hat ja schon mal so ein bisschen begrüßt, was China macht, hat jetzt gekauft, auch hier natürlich ausführlichen News in der Aktien-Schau. Also auf jeden Fall vorbeigucken und dann direkt auch mal ein Abo dalassen, wird uns auf jeden Fall freuen. So, ich würde sagen, das reicht jetzt hier auch mit den News, ganz kurz gefasst und letztendlich können wir jetzt hier sehen, wir hatten jetzt schon drüber gesprochen, ich mache das mal ganz kurz gelb, wir könnten hier durchaus uns in diesem Bereich auffalten. Wir hatten diesen Ausbruch, wo wir drüber gesprochen haben, da kann man eine Long-Position aufbauen, konnte man dann dementsprechend auch in Richtung 129 US-Dollar, das ist wieder abgegangen. Und jetzt gerade können wir erkennen, wir sind gerade so ein bisschen in einem schwierigen Bereich, in einer schwierigen Phase, wo wir uns nicht wirklich durchsetzen können. Ja, mal einen Tag kommen wir dann drüber, über diese 121 US-Dollar ungefähr, dann sind wir aber auch wieder da drunter. Und jetzt wird es eigentlich ganz interessant, finde ich. Wenn wir entweder mal den Ausbruch nach unten haben, ich könnte euch das hier mal einfach verschieben, weil wir da schon mal drüber gesprochen haben, letztendlich nicht ganz so detailliert, aber das machen wir jetzt trotzdem mal, dann könnte man hier durchaus, finde ich zumindest, beim Ausbruch nach unten zum Beispiel 197, also unter diesen 159, also 100 US-Dollar natürlich, 107 US-Dollar 90 zum Beispiel, eine Short-Position Richtung 86 US-Dollar aufbauen, Stop-Loss ein bisschen nachhaltiger, 114 US-Dollar. Oder eigentlich muss ich ehrlich sagen, in diesem Bereich, das ist mir alles zu vage im Prinzip. Wir laufen hier einfach zu stark hin und her, wie wir es hier immer schon angezeichnet hatten. Ich habe das ja gerade schon erklärt, deswegen nehme ich einmal ganz kurz die Pfeile raus. Ups. Und was ich jetzt hier eigentlich interessant finden würde, wäre dieser Weg, wenn wir den tatsächlich laufen würden, über den 120 US-Dollar, da wo wir gerade mal wieder dran scheitern, und dann tatsächlich mal in die Richtung 129 US-Dollar. Und sollten wir dann hier drüber kommen tatsächlich, dann wird es eigentlich interessant. Denn dann könnte man sich durchaus mal überlegen, ob man vielleicht bei einem Ausbruch in Richtung 131,50 mal eine Long-Position aufbaut, Richtung zum Beispiel 160 am 15. Februar. Das heißt, hier also eine große Long-Position mindestens, aber ich zeige das mal hier ganz kurz ein, in Richtung 150 US-Dollar ungefähr zumindest, also in Richtung Unterseite dieser Gap. Das heißt, also ich zeichne das nochmal etwas schöner ein, damit das vielleicht ein bisschen besser nachzuvollziehen ist, mindestens hier in Richtung 150, eventuell sogar in Richtung 165 US-Dollar, mit einem Stop-Loss zum Beispiel schon bei 127 US-Dollar, also unter diesen 130 US-Dollar halt einfach schlichtweg, unter diesem Widerstand hier. Das wäre so die Möglichkeit, die ich dann ganz gut finden würde. Solange wir hier drin sind, muss ich halt ehrlich sagen, gerade dieser Bereich hier ist einfach relativ uninteressant. Kann man natürlich immer traden, kann man immer während des Tages einfach sagen, okay, wir gehen jetzt wieder, prallen jetzt hier zum Beispiel wieder ab von unten, da können wir durchaus eine Long-Position aufbauen, hier vielleicht wieder eine Short-Position, diese, ich sag mal, dieser Widerstand hier ist jetzt nicht wirklich stark, man muss sagen, wir sehen das schon vor Börsenöffnung Pre, das ist diese orange gestrichelte Linie, das heißt also aktuell sind wir hier bei 118 US-Dollar, heißt also wir sind gestern hier wieder abgeprallt, knapp an den 121 US-Dollar und deswegen finde ich das gerade so ein bisschen uninteressant, hier in diesem kleinen Bereich, aber der Ausbruch sowohl nach oben über 130 US-Dollar als auch nach unten unter die 110 US-Dollar wäre doch eigentlich sehr interessant. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne abonnieren, liken, natürlich auch auf dem anderen Kanal vorbeigucken und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.